Und das sind wir auch schon beim nächsten Video, wo die es letztens gesehen haben, davon die Kurve 1, also 1 bis 3, also der erste Abschnitt, also von dem Ding. Und Gold mit einer 27.5, Gigafonni fahren willst und somit gibt es schon wieder ein Auto, das nächste. Aber erstmal schauen, ob wir die wieder verlassen. Nein! Wir versuchen es. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Wir fahren so. Ohne 27.1 und somit haben wir sie verblasen. Der zweite Versuch ist eigentlich doch Witz und Entüten und so weiter. Somit steht, wo es hingehört, dort und oben, Dress, irgendwo unten. Wenn es in der fast so viel ist, ein Absteiger. Okay, dann gucken wir mal, was für ein Auto es gibt. Oh Gott! Huiuiuiuiui! Was ist das? Was ist das? Das ist ein... Bäh... Nee... Fällt mir jetzt so. Okay, okay, das war's dann mit dem Video. ...